Die Botschaft für dich. Was möchten wir die Energien jetzt mitgeben? Welche Hinweise haben sie für dich? Oder vielleicht auch nicht. Kann sein, dass manches vielleicht schon eingetroffen ist. Kann sein, dass manches vielleicht auch noch kommt. Muss nicht alles stimmig sein. Wir sind kollektiv. Wir schauen aber die Botschaft für dich, was dir gesagt werden möchte, auf was du dich vielleicht vorbereiten kannst, auf was du dich freuen kannst oder ein bisschen drauf hinarbeiten kannst. Ein ganz, ganz herzlichen Liebes-Hallo an euch alle. Fühlt euch alle fest umarmt und einen traumhaft schönen guten Morgen an euch. Egal, welche Uhrzeit ihr das Video anschaut, ich umarme euch alle ganz, ganz fest und danke, dass es euch gibt. Danke, dass ihr mir hier dieses Vertrauen schenkt. So, dann schauen wir doch mal die Botschaft für dich. Ja, hier geht es um Entscheidungen. Du hast die Entscheidung oder wirst, eine Entscheidung treffen. Absolut zu deinem Glück. Es ist die richtige Entscheidung. Also, wenn hier irgendwas nicht zustande kommt, beruflichen Bereich oder sei es um eine Weiterbildung, dass du irgendeine Zusatzausbildung, irgendwas machen wolltest, eine Schulung, whatever. Und da ist irgendwas hier nicht so ganz, wo du sagst, hm, ich weiß nicht, ne? Oder es klappt vielleicht nicht. Irgendwas ist, du wirst was hören, aber das ist auch, wenn es nicht zustande kommt, es ist super, super gut für dich. Es soll nicht sein. Vielleicht genau bei dieser Intuition, Institution. Ja, die Morgenstunden, ne? Vielleicht, dass es nicht genau diese Institution ist. Das ist vielleicht was anderes. Also, hier halte die Augen ein bisschen offen, ne? Dass du so ein bisschen weiter auch noch schaust. Da ist noch was anderes da. Ja, dann habe ich noch, du wirst hier auch eine Nachricht bekommen. Eine Nachricht bekommen, ich sag mal, kann jetzt in deinem familiären oder aber auch familiär, hier wird mir beides angezeigt, familiär und auch im beruflichen Bereich, dass du hier was erfahren wirst, wo dir jemand auch so entgegenkommt. Ich muss das entgegenkommen auch und dieses Hilfsbereitschaft, so ein bisschen den Charme ausspringen lassen oder diese Herzlichkeit, dass du auch Herzlichkeit empfangen darfst, dass dir Herzlichkeit entgegengebracht wird. Und was sehe ich hier? Dann, wir haben hier auch Entscheidungen. Also, hier ist auch so ein bisschen dieses, im Allgemeinen, was Entscheidungen betrifft, sehe ich auch, dass du jemanden unterstützen wirst in deinem familiären oder deinem nahen Umfeld, dass dich jemand fragt, kannst du mir da bitte, bitte helfen, weil hier jemand auf gar keinen Fall was falsch machen möchte. Und was sehe ich auch? Du wirst dir Unterstützung geben und du wirst dich auch riesig drüber freuen, weil diese Person dir unendlich dankbar dafür ist, dass du da gewesen bist, dass du die Unterstützung gegeben hast. Dann haben wir, wenn wir weitergehen, schon so ein bisschen, was heißt ein bisschen, hier ist auch, hier wird es wieder gezeigt, also wenn du jemanden noch nicht, also wenn hier jemand noch gar nicht dran ist in deinem Bereich, dass du einen Wunschpartner hast, jemand, der dein Herz schon berührt hat, wird hier auch jemand auf dich zukommen und dein Herz berühren. Ich sage mal, mit Unterstützung auch und so dieser Hilfestellung, also hier, da kommt wirklich diese Bewegung rein, dass du jemanden kennenlernen wirst. Und hier sehe ich Aktivitäten, also kann jetzt hier wirklich ein Fitnessstudio sein, ein Fitnessstudio oder irgendein Hobby, dass du durch ein Hobby jemanden kennenlernst, wo du gar nicht dran glaubst, ist so dieser Zufall. Und dann auch so dir die Hilfe anbietet, dich dann auch unterstützt und so Tipps und Ratschläge und so weiter und da kann sich hier wirklich auch mehr entwickeln. Aber du wirst hier auch eine Nachricht bekommen. Eine Nachricht bekommen, wir schauen jetzt mal, von deinem Herzensmenschen. Eine Nachricht, die dein Herz berührt, sehr viel Gefühl in dir auslöst und hier wird jemand wirklich auf dich zukommen. Und wir haben das jetzt so deutlich mehrfach hier schon ein paar Mal liegen. Ja, es ist, ja, es ist auch diese, da befürchtest du, da kommt nichts mehr, es ist nicht ehrlich gemeint, es ist nicht ernst. Ich kann dir aber hier sagen, es ist definitiv ernst. Und hier wird auch was kommen, was lange gedauert hat, auf das, was du schon lange gewartet hast. Also es ist so oft, wie es jetzt hier liegt, was dein Herzensmensch wirklich hier auch ein Treffen mit dir möchte, eine Verbindung mit dir eingehen möchte. Ich sehe jetzt hier noch keine Fussebeziehung, aber der Weg dorthin. Hier wird dir auch jemand seine Gefühle sagen und vielleicht stehst du auch dann hier ein bisschen, vielleicht zwischen, wie jetzt wirklich zwei Stühlen. Hier, Kreise werden sich schließen. Egal, um was es hier wirklich auch geht, ob es die Liebe betrifft, ob es die Liebe betrifft, ob es das Zwischenmenschliche betrifft, sehe ich hier ganz, ganz, ganz positive, eine ganz positive Weiterentwicklung zu entwickeln. Vielleicht, dass du dann auch wirklich zwischen zwei Stühlen stehst. Dein Herz, da ist hier jemand ganz anderes. Den hast du ganz, ganz, ganz tief in deinem Herzen und aber auch schon länger in deinem Herzen. So. Und jetzt ist es so, hm, kannst du da überhaupt noch dran glauben, dass hier was kommt? Hier sage ich nach dieser Legung, ja. Da ist aber auch jemand, der auch ein Auge auf dich geworfen hat, was du auch merken wirst, und dann denkst du, oh. So. Und nun? Hier sehe ich aber mehr die Tendenz, dass du wirklich die Tendenz zu dem Menschen, den du schon länger kennst, tendierst, ne. Aber, ähm, kann auch sein, dass du bei diesem Menschen, ähm, ganz, ganz, ganz üble Erfahrungen gemacht hast, wo du sagst, nee, wir haben ja null Kontakt. Weil hier sehe ich schon, dass da der Kontakt auch ist und besteht oder intensiver wird oder wieder, ja, angedockt wird an den Kontakt, ne, dass hier wieder was kommen wird. Weil so ganz war das auch nie zwischen euch hier beendet. Hier wird aber auch noch jemand anderes auf dich zukommen. Du hast definitiv Glück in der Liebe auf ganz großes Glück in der Liebe. Also hier wird auch dein Herzensmensch dir die Nachricht überbringen, ne, ähm, so oder so, wie auch immer die Nachricht überbringen, ähm, äh, sich entschuldigen bei dir, dass er vielleicht nicht ganz ehrlich zu dir gewesen ist und möchte aber hier wirklich auch das offenbaren, dass er nicht ganz ehrlich zu dir gewesen ist und dir hier eben auch sagen, dass die, die Liebe zu dir tiefer ist und wirklich da ist, äh, diese, diese Treue, er möchte wirklich dir Liebe zeigen, Liebe geben und möchte da auch, ähm, weiterkommen, den Neubeginn mit dir, diese Veränderung hier geben. Es wird langsam gehen, es wird hier auch, ähm, da wird auch intensiver der Kontakt, ja, ne, also dieses, man versteht sich super gut und, äh, man trifft sich dann, dann regelmäßiger, häufiger, die Kontakte werden mehr, was immer so ein bisschen im, ähm, C gewesen ist, diese, ja, Haugummi-mäßig, ne, war ein bisschen Sand vielleicht auch hier im Getriebe gewesen. Entscheidungen, wie gesagt, hier wird auch, ähm, du wirst die richtige Entscheidung treffen, wenn was nicht zustande kommt, ist hier deutlich zu sehen, perfekt. Absolut perfekt, weil du hast es in der Hand und hier sehe ich auch plötzliche Überraschung, also Überraschung, ein Wandel, eine Wende, ein Neubeginn, eine Veränderung, hier geht es in das Wachstum rein. Wachstum zur Erfüllung deiner Wünsche für das, was du möchtest, was du dir wünschst, was du dir ersehnst. Und, da, ähm, schaut es richtig gut aus. Wie gesagt, hier im Allgemeinen aber auch, die Achtung passt bitte auf, weil nicht jeder meint es ehrlich. Weil ich sehe hier auch, dass ein bisschen auch, ähm, der Neid, ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt jemand anderen noch, oder jemand anderes ein Auge auf dich geworfen hast, dann sehe ich hier ein bisschen so Hintergrundaktivität, das hier so gibt, Pfeile gespitzt werden, dass du mit dieser Person nicht mehr zusammenkommst, also, dass sich da nichts tut. Also, hier versucht jemand dann auch dazwischen zu kommen, weil, hier ist die Eifersucht deutlich zu sehen bei der anderen Person. Und, ähm, da er spürt, hier spürt auch jemand, dass du mit deinem Herzensmenschen, dass ihr schon lange, vielleicht auch schon mal zusammen gewesen seid, ähm, aber schon lange diese Liebe zwischen euch ist, ist ganz nah, ne, und das gefällt ihm nicht. Ne, das gefällt ihm nicht und da versucht er ein bisschen Lügen zu verbreiten. Also, hier ist auch klar, ein bisschen vorsichtig sein. Dann, im Allgemeinen sehe ich bei dir, äh, ich habe Glücksgefühle für dich. Hier, so die Glücksgefühle möchten auf dich, warten auf dich. Hier, bitte, bitte lass dich auch nicht irgendwo eine andere Stimmung reinbringen. Oder dieses, dieses Entfressen, du musst jetzt eine Entscheidung treffen, du darfst nichts falsch machen, weil das ist auch, was ich jetzt hier sehe, du darfst nicht und dieser Druck, den ich hier sehe, von anderen Seiten auf dich. Hier heißt es, komm für dich selbst, bitte in die Ruhe, bleib in deiner Stabilität, bleib in deiner Ruhe, denn das Gute, Wundervolle wartet auf dich. Du hast das Glück komplett bei dir, bei allem, vor allem hier in der Linie, was deinen Herzensmenschen, deinen Wunschpartner betrifft. Und auch wenn du was hörst, bitte glaube nicht alles, was du hörst, egal um was es geht. Hier wird ein bisschen ein Versuch, Unruhe zu stiften und glaube nicht alles, was du hörst. Es hört sich schlimmer an, als es wirklich ist. Neubeginn, Wandel, hier kommt Wachstum rein. Du wirst hier auch sehr viel Herzlichkeit und Liebe von einem Kind, wenn es um ein Kind auch geht, wirst du hier auch entgegengebracht bekommen. Also da auch eine herzliche Überraschung, ein ganz liebes Wort, was du vielleicht jetzt schon länger nicht mehr bekommen hast oder die Zuneigung. Und hier wirklich Verbindungen und größere Veränderungen. Hier die Kreise schließen sich für dich. Du bist auf dem Weg, deine Wünsche werden in Erfüllung gehen. Jetzt schauen wir noch in den Tarot. Aus den Kipperkarten, was wir denn hier noch für eine Botschaft für dich bekommen. Ach, ihr Lieben, wie wunderschön. Schaut euch das an. Wir haben das Liebesglück. Das Liebesglück heißt hier guter Ausgang in der Liebe. Hier wird starke Liebe zwischen euch beiden gezeigt. Hier ist eine starke Bindung. Eine starke Bindung, die auch hier schon Bestand hat und die noch intensiver werden möchte. Hier die Liebe, dass die mehr geöffnet wird. Also der Weg freier wird die Leichtigkeit in der Liebe. Hier Komplimente warten auf jeden Fall auf dich. Und hier heißt es auch, hier geht es auch in die Versöhnung. Und ja, im Allgemeinen, auch im Familiären eine starke Bindung. Und hier auch wie dieses Begegnen, auch die Kommunikation mit deinem Herzensmenschen und dir. Teilweise auch so wie zwei Turteltauben. Also hier wird sehr viel Nähe gezeigt. Und hier kommt wirklich das, der Neubeginn hier in Bewegung. Und hier ist starke Liebe. Also wirklich starke Liebe. Hier, zum Beispiel die tiefste Liebe, das ist die stärkste Liebeskarte, die Treue, die Liebe, die Zuneigung, die Zufriedenheit. Und das wird hier in Gesprächen immer mehr hier zustande kommen. Ihr Lieben, habt einen wundervoll, schönen Tag. Fühlt euch ganz fest zum Abend und alles, alles, alles Liebe für euch. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.